So, Großkolumbien, ihr seid dabei, Civilization 6, ihr seid dabei bei einem Angriff auf unsere Nachbarn, den Amerikanern, denen es mittlerweile nicht mehr ganz so gut geht. Wir haben eben die Zeit genutzt, eine knappe, eine kurze Wartezeit von zwei, drei Runden, um die Artillerie, das Upgrade für die Bombarden zu erforschen und auch die Kurs sofort, die Bombarden-Kurs abzugraden zu Artillerie-Kurs. Das haben wir jetzt gemacht. Nächster Schritt ist, jetzt kommen wir es nicht, weil jetzt pausieren die, nachdem die das Upgrade bekommen haben, dass wir gleich vorrücken auf die nächste Stadt, auf Philadelphia. Wir haben eine Stadtschatt-Quest abgeschlossen, ein Gesandter in Antiochia. Wir haben mittlerweile eine Armee, die erste, aufeinander gestellt. Wir hatten eben Diskussionen über Janeros, über diese Spezialeinheit. Ob man die zu Armeen zusammenmüllen, setzen sollte oder nicht. Und wir haben in letzter Sekunde eben gewechselt, nochmal bei der Forschung von Naturschutz auf Massenmedien, weil wir festgestellt haben, dass es super cool ist in der Theorie, jede Menge Wälder neu zu forsten, dass wir aber kaum Felder haben, wo wir das da tatsächlich machen würden. Das ist ein bisschen doof. Ja, hier könnten wir den Unterhaltungsdistrikt auch schon mal platzieren. Hier wollten wir doch einen hinsetzen. Das können wir auch jetzt schon machen. Wo sind denn die anderen Unterhaltungsdistrikte? Der wird dann nach dem Kohlekraftwerk in drei Runden gebaut werden. Wir schauen mal, wo wir Unterhaltungsdistrikte haben. Ich sage immer Unterhaltungsdistrikte und Unterhaltungsbezirke und nicht Unterhaltungskomplexe, weil ich denke, Unterhaltungskomplexe, das ist eher was für Psychiater, oder? Und ich bin halt der Meinung, das, was wir hier betreiben auf Twitch, das ist doch etwas für Leute mit einem Unterhaltungskomplex. Twitch-Livestreams, unterhaltend genug mit einem Strategiespiel. Ich finde, hier pflegen wir kollektiv unsere, jeder für sich sein, unter Ihrem Unterhaltungskomplex. Finde ich cool. Ich habe einen Unterhaltungskomplex, ihr habt einen, wir haben da immer eine gute Zeit. Alles richtig gemacht, alles gut. Wo haben wir hier welche bei uns? Einen hier unten, in Cusco einen hier oben. Sechs Felder aus weit können die Städte boosten. Wir wollten einen hier bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bogota, Teddys letzte Ölung. Aschetanz und Glücksschweine werden versorgt. Eins, zwei, drei, ja, alles gut. Das macht weiterhin Sinn, den hier hinzusetzen. So, und der Handwerker hier. Das ist ein Dreier. Ich ziehe ihn mal rüber Richtung, Richtung Westen und brauchen wir ihn eher. Können wir im Augenblick gar nichts machen. Ich will jetzt auch nicht verschleudern, nur wenn wir sagen, wir haben im Augenblick eh nichts zu tun. Das wird dann ja neben dem Vokan ein irgendwas nach dem anderen bauen, ohne überhaupt zu wissen. Hier ist was baubar, ne? Ja. Da können wir da eine Fienda einsetzen. Das so. Meisterlich Wohnraum nach Wohnraum. Handwerker futsch. Wie hübsch die aussehen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Da sind noch ein paar Fiender Buttons. Die können wir entfernen. Anjanero. Den schicken wir Richtung Krieg aber. Der kann sofort helfen. Boah, ist der fix. Guckt mal, wie der vorwärts rast. Ach so. Genau. Der rast rüber. Ab ins Wasser, rüber zur Front. Eine Runde weiter, Leute. Immer weitermachen. Immer weitermachen. Auf geht's. Wir haben den Gouverneurszütteln gerade nicht verbraten. Den können wir uns gleich auch nochmal angucken. Lautaro liebt uns und wir mögen Lautaro. Trotz dieser Sache mit dem Hemd. Eckehardt schreibt zum Thema Unterhaltungskomplex im Chat. Ich arbeite als Psychiatriepfleger. Diese Diagnose kannte ich noch nicht. Oh Gott. Ein mega kolossaler Ausbruch. Genau in der Stadt, wo wir gerade standen. Wo ich gerade darüber philosophiert habe, ob wir Bauernhöfe neben einem Vulkan bauen würden oder nicht. Hab ich ein Näschen gehabt? Oder war es blanker Zufall? Es war blanker Zufall, dass ich da gerade drüber geredet hatte, dass ich da keinen Bauernhof bauen würde. Ich gebe es offen zu. Blanker Zufall. Oder? Hab ich es total drauf? Ich glaube nicht. Megakolossaler Ausbruch. Viermal Geländefelder gedüngt. Vier beschädigt. Zwei Bevölkerungsver... Autsch. Zwei Bevölkerungsverluste in der Stadt hier? Krass. Aber dafür bekommen wir doch keine Zeitalterpunkte, oder? Nein. Man sagt, dass das Handelszentrum von Feuerland die Menschen nur für den Nervenkitzel des Kaufens und Verkaufens auf dem Markt anlockt. Aber das Geld ist auch ziemlich gut. Wir haben das erste Handelszentrum unserer ZIF mit einem Stadtnachbarschaftsbonus von vier Gold oder mehr gebaut. Drei Zeitalterpunkte. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist das, was Matsumen unbedingt haben wollte. Ich habe mal eine Bank gesehen, die hat Banking rund um die Uhr angeboten. So viel Zeit hatte ich aber leider nicht. Das kann sein. Groß Zimbabwe, Bauba und Bank. Bank, fünf Gold. Wir gehen hier mal gucken. Hier gehen wir hin. Das sollte dieses Handelszentrum hier sein. Sieben. Wow. Sieben Gold. Sieben Gold. Dank, Matze. Dank, Matsumen. Drei Zeitalterpunkte. Das ist deine Stiftung, Matze. Danke dir. Sehr gerne. Ein Mark noch drauf, würde ich normalerweise sagen, weil dann eine Handelsroute erst angeboten wird. Wir haben allerdings schon einen Hafen hier. Trotzdem acht Gold. Mehr ist cool. machen wir. Schreien ginge auch fix. Wassermühle. Bringt hier vor Ort nicht so viel. Was sonst da? Wohnviertel brauchen wir noch nicht. Ja. Einmal Markt, bitte. Oh, Kultur und Glauben. Ziehen wir das sogar vor. Also, so machen wir das. Neue Forschung. Die Boni entstehen, glaube ich, durch Stadtstaatenboni, die wir haben. Weiß ich gar nicht genau. Ist halt so. Ähm, was kommt da als nächstes? Wir wollten zum Panzer ein. Da brauchen wir noch ein Weilchen. Und er wägt dorthin. Und er wägt dorthin. Und wir brauchen die Wissenschaftstheorie zur Luftfahrt und zur Infanterie, wollten wir. Also Wissenschaftstheorie brauchen wir auf jeden Fall. Und den Bonus haben wir ja. Fangen wir damit mal an. Elektrizität, nur vier Runden, Unterseeboote, Umstellung auf Öl. Oh, dann könnten wir die Öl... Eieieieiei. Wir könnten die Kohlekraftwerke, eins ist ja im Bau, sogar stoppen und auf Öl umsteigen. Das könnten wir machen, weil dann ist die Belastung nicht so groß wie bei den Kohlekraftwerken. Sie helfen. Lass uns das mal kurz überlegen. Lass uns das mal kurz überlegen. Hier entsteht gerade ein Kohlekraftwerk. Das können wir noch stoppen. Wir können natürlich auch das Kohlekraftwerk bauen und danach dann das Ölkraftwerk machen. Aber in der Zwischenzeit hat man dann ein spezielles Bauprojekt. Und das ist ein Bauprojekt, Umstellung auf Öl. So funktioniert es. Ich habe das seit Ewigkeit nicht mehr gehabt. Irgendwas in der Art. Und im Chat wird gesagt, das Öl brauchen wir für die Armee. Die Kohle eher nicht. Ja, aber andererseits Apokalypse-Modus. Ich habe eben zwar die ganze Zeit gespottet, in den letzten Stunden. Und habe gesagt, Leute, lass uns die Umwelt kaputt machen. Was soll's. Apokalypse ist egal. Aber es ist, klar, die anderen bauen auch Kraftwerk. Aber es ist schon cool. Wenn man statt, wir können uns auch die Basisboni mal angucken, der Gebäude. Das hier ist das, wir gehen mal, wir ziehen uns mal, wir denken das mal ganz allgemein so. Das ist das Kohlekraftwerk. Schaut mal rein. Was bekommen wir da durch? Wir verlieren Kohle, bekommen Energie. Das funktioniert ähnlich wie beim Ölkraftwerk. Und die Belastung hier, die CO2-Belastung, ist eine geringere als beim Ölkraftwerk. Okay. Jetzt schauen wir uns aber mal nur an die Boni durch die Gebäude. Hier bekommen wir einen Produktionsbonus, entsprechen dem Produktionsnachbarschaftsbonus des Industriebezirks. Das heißt konkret, hier entsteht das Industriegebiet. Das hat einen Nachbarschaftsbonus von. Wird nicht angezeigt. Wird das ja nicht angezeigt. Hier ist doch einer. Hier ist doch ein Staudamm daneben. Ach, der ist noch im Bau. Ah, wir haben noch gar keinen Nachbarschaftsbonus. Deshalb wird nichts angezeigt. Der Staudamm wird uns zwei geben. Und er ist in vier Runden fertig. Dann bekommen wir jetzt zwei Nachbarschaftsbonus. Das ist echt wenig. Das heißt, wir bekommen plus zwei Produktion durch das Kohlekraftwerk. Und die Energie, die erzeugt wird, die bekommen alle Städte drumherum. Genau. Die bekommen nicht den Produktionsbonus drumherum. Den gibt es durch die Fabrik. Sondern nur den Energiebonus. Jetzt schauen wir uns zum Vergleich das Ölkraftwerk an. Das bringt. Ja. Der Produktionsbonus wird auf alle Stadtzentren im Umkreis von sechs Geländefeldern erweitert, die nicht bereits über einen Bonus durch den Kraftwerk verfügen. Gemeint ist dieser hier, das ist ein Fixer. Das sind drei Produktionen. Das heißt, es kann mehr oder weniger sein im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk. So viel Produktion vor Ort wie Nachbarschaftsbonus des Industriebezirks. Hier wird das Modell komplett ersetzt und es ist ein Fixer-Bonus von drei Produktionen. In dem Fall vor Ort ist es für uns besser, weil wir einen Produktionspunkt mehr bekommen hier vor Ort. In anderen Städten kann es auch anders sein. Was aber auf jeden Fall einen Riesenunterschied macht, ist, dass der Produktionsbonus für alle Stadtzentren drumherum gilt. Die sind plus drei. Das heißt, es ist attraktiver. Auf jeden Fall. Das zu bauen kostet 300 Produktionen. Das erste. Das ist unwesentlich mehr. 360. Das Ölkraftwerk ist besser. Klar. Die einzige Frage wäre, haben wir so wenig Öl, vielleicht, dass wir für unsere Militäreinheiten unbedingt Öl brauchen, demnächst Panzer und so weiter. Und wir müssen noch das Thema hydroelektrische Staudamm prüfen. Es gibt nämlich auch früh im Spiel eine regenerative Energiequelle, nämlich Staudämme und die Kraftwerke, die darauf entstehen können. Später im Spiel gibt es noch mehr. Später im Spiel gibt es noch Windkraftanlagen und was weiß ich alles. Aber das kommt später. Das spielt im Augenblick noch keine Rolle. Öl produzieren wir im Augenblick neun pro Runde. Wir verbrauchen vier durch unsere Einheiten. Die Einheiten sind, glaube ich, die Artillerien. Jedes Kor, jedes Artillerie-Kor verbraucht eine, ein Öl. Das finde ich cool, das war mal gar nicht so klar, Matsumen, dass das Artillerie-Kor genauso viel Öl verbraucht wie eine einzelne Artillerie-Einheit. Nämlich ein Öl nur. Das finde ich ein cooles Argument, um Kor zu bilden oder sogar Armeen. Absolut, genau. Für Armeen gilt dasselbe und das ist sehr wichtig für den Ressourcenverbrauch. Das ist sehr cool. Jetzt gucken wir uns nochmal kurz die Alternative. Also das ist jetzt weder viel noch wenig, die Plusfünfte, die wir haben. Es ist eher wenig, aber es geht noch. Aber wir produzieren auch noch mehr und mehr und mehr an Einheiten, die Öl verbrauchen. Aber jetzt werfen wir auch mal einen Blick darauf, dass wir ja ebenfalls freischalten können, den hydroelektrischen Staudamm. Den bauen wir auf einem Staudamm. Da ist die deutsche Versetzung ein bisschen komisch. Es geht um ein Wasserkraftwerk. Das Wasserkraftwerk wird auf dem Staudamm gebaut. Kostet mehr als die anderen Kraftwerke. Kostet ein bisschen Gold, das ist egal. Und liefert einfach nur die Energie. Das heißt, das liefert uns keine Produktionsboni. Andererseits ist es ergänzend zu dem Öl- oder zu dem Kohlekraftwerk. Das heißt auch dann, wenn man ein Kohle- oder Ölekraftwerk hat, kann man trotzdem den Staudamm bauen. Die Kraftwerke, die antifossilen Kraftwerke geben Produktion in Energie und wenn man den hydroelektrischen Staudamm zusätzlich oder stattdessen baut, bekommt man nur die Energie und nicht die Produktion. Das ist eine komplizierte Geschichte. Wenn es uns nur auf die Energie ankommt, die wir brauchen, um fortschrittliche Gebäude zu versorgen, damit die einen höheren Bonus geben an alle möglichen, dann würde uns der hydroelektrischen Staudamm reichen. Spekulieren wir dagegen auf die Produktion. Insbesondere beim Ölkraftwerk auf die Produktionsboni für die umliegenden Städte, dann bräuchten wir ein Ölkraftwerk. Wenn ich mal laut nachdenken darf, ich würde es situativ lösen. Ich würde nicht einfach so Öl verschwenden, weil das Öl brauchen wir für die Bomber, für die Artillerien, für die Schiffe demnächst. Wir gehen auf Herrschaftssieg. Wir könnten gucken, wo sonst noch Ölfelder sind, ob wir demnächst noch neue erschließen. Das könnten wir gucken. Und leider werden uns auch Städte, wo das Wort Öl auftaucht, entsprechend angezeigt. Hier überall nichts bei Teddy. Nichts. Das ist auch alles nur wegen des Stadtnamens. Eins hier. Das sind die Oliven. Auch die werden dann angezeigt. Das hier. Das können wir uns demnächst holen. Oh, das sind Olivenfelder. Achtung. Wann kommt denn die Forschung mit der Öl aus dem Meer holen können? Erst hier hinten. Plastik. Dann kann man Ölbohrinseln bauen. Das dauert lange noch. Das ist alles nicht gut. Und wie sieht es denn aus, wenn wir weiter Richtung Südwesten vorgehen? Zu Biene Maya? Oder auf fremden Kontinenten und Inseln? Hier ist ein... Ich frage mich mittlerweile, ob das überhaupt alles korrekt hier angezeigt wird. Werden es hier wirklich alle angezeigt? Bin mir gerade nicht sicher. Doch, das wird angezeigt. Die Ölfelder werden angezeigt. Gibt es hier irgendwo noch... Schaut mal hier. Wir wollten hier eventuell eine Stadt gründen. Wir könnten uns einen Siedler holen. Und hier noch eine Stadt gründen. Da waren viele Barbaren. Aber das könnten wir machen. Wir könnten auch in Baltimore unseren Siedler kaufen. 1.520 Euro. 1.520 Euro. Das ist wenig. Das können wir machen. Und den schicken wir mit einer einer drüber. Setzen hier hin. Zack, zack. Zwei Ölquellen. Das sollten wir auf jeden Fall mal im Kopf behalten. Trotzdem, das ist knapp mit dem Öl. Wir müssen... Also hier... Kohlekraftwerk zu bauen macht gar keinen Sinn. Die Alternative ist ja in Glücksschweine Kohlekraftwerk, Ölkraftwerk, Wasserkraftwerk. Das Kohlekraftwerk macht gar keinen Sinn. Es gibt plus zwei Produktionen. Und die Energie kriegen wir anders. Das Kraftwerk hier gibt Energie. Das bauen wir im Staudamm. Das heißt, wir brauchen das Kohlekraftwerk nicht wegen der Energie. Von dem Feld aus werden alle Städte versorgt. Die liegen nebeneinander. Also der Staudamm, der versorgt nur Bogota. Die sechs sind echt? Ja, das ist nur lokal. Dann brauchen wir ein Öl oder ein Kohlekraftwerk. Wenn wir ein Ölkraftwerk nehmen, also dann brauchen wir eher genug Kohle als genug Öl. Das spricht eher für ein Kohlekraftwerk. Wir müssen mal... Alle Städte hier haben sehr viel Produktion. Ohnehin. Plus 71, plus 57. Die nicht so 33, aber auch die hat genug. Wir sind auf den Bonus, denn für die umliegenden Städte, für ein Ölkraftwerk nicht angewiesen. Dann würde ich hier ein Kohlekraftwerk tatsächlich bauen. Auch wenn das für die Umwelt und für die Apokalypse ganz, ganz doof ist. Das mit dem Öl ist mir zu riskant. Ich würde das so machen. Was ist sonst noch im Bau? Haben wir noch woanders ein Kraftwerk im Bau? Ich glaube nicht. Das ist natürlich heftig, von wegen Apokalypse, aber ich finde das am klügsten. Ich finde das sollte man machen. DJ hatte Öl neben seinem Reich, schreibt Red Scrainer. Das ist Carvenger. Und das demnächst nochmal anschließen. Das ist aber riskant. Also ich bin echt dafür, dass wir hier einen Siedler kaufen, der rüber geht. Dafür sollten wir aber erst hier oben nochmal scouten. Mit dem hier, mit dem Admiral, wie viele Barbaren da sind. Und den ziehen wir hier ab. Den brauchen wir zwar eigentlich zum scouten hier. Und der hatte eh nicht mehr so viel Militär. Wir ziehen hoch und scouten. Das ist der schnellste Weg zum scouten. Scouten wir hier hoch. Detlef, Wasserpark, fertig. Nächster Schritt, Riesenrad. Händler, fertig. Nächster Schritt. Wird noch ein archäologisches Museum, dann Archäologen, weil wir die Kultur durch die vielen Artefakte gut gebrauchen können. Ja, das würde ich machen. Militäreinheiten können wir auch nachher nochmal bauen. Vier Produktion ist cool. Kampferfahrung, auch cool. Mit der Akademie oder Archäologisches Museum und Archäologe. Wo liegen wir in der kulturellen Forschung, in der Weltrangliste? 241 Kultur, jede Runde. Oh Gott. Viel mehr als alle anderen? Nein. Peter hält halbwegs mit. Das heißt, wir sind zusammen sowieso demnächst. Wir liegen sowieso sehr gut bei der kulturellen Forschung. Dann gehen wir hier auch auf noch mehr Einheiten. Dann beschleunigen wir das. Gehen wir auf Militärakademie. Cusco, Janneiro, fertig. Wohnviertel brauchen wir nicht. Uni 4 Wissenschaft ist so schnell gebaut. Das machen wir mal. Und jetzt wird hier weitergezogen. Es gibt eine Karte, die mehr Öl aus den Quellen bekommt. Ja, die hatten wir uns eben auch schon mal kurz angeschaut. Das ist, ähm, wo war die denn? Aber da müsste man halt auch eine andere für wegnehmen. Ich glaube, das war eine Militärkarte, ne? Die ist bei Naturschutz. Ja, hier ist die alle modernisierten Alu- und Ölressourcen lief in eine mehr. Aber dann brauchen wir eh erstmal die besseren Regierungsformen mit den Mehrslots. Damit wir überhaupt eine größere Menge an Plätzen haben. Also ich würde hier gerne einen Siedler kaufen und ihn rüberbringen. Dann müssen wir aber auf Militäreinheiten verzichten. Und bräuchten Militäreinheiten hier zum Einsatz. Aber ich glaube, das lohnt sich. Schaut ihr mal mit mir die Übersicht hier an für die Siedler. Kein Loyalitätsdruck, zwei Öl, zwei mal Öl. Eben waren ja viele Militäreinheiten. Die meisten waren aber schwacher. Eben liegt aber auch schon ein paar Jahrzehnte zurück. Aber ich finde, wir sollten das machen. Und wenn wir hier einen kaufen, einen Siedler, dann müssen wir vorher den Seher hier entfernen. Dann können wir hier einen Siedler kaufen. 1.520 3 Zeitalterpunkte Wir könnten langsam vorgehen in Richtung Liang. Da hat allerdings Matsuma eine üble Nachricht für uns. Denn auch das ist eine Sache, die du recherchiert hast. Unser Plan war bislang ja immer zu sagen, Falls die Apokalypse kommt, hätten wir gerne Liang mit dem verstärkten Material. Dafür ist sie im Augenblick zwei Beförderungen entfernt. Hier steht die Modernisierung. Gebäude und Bezirke dieser Stadt können nicht durch Umweltfolgen beschädigt werden. Es geht um den Weltuntergang durch riesige Asteroiteneinschläge und was weiß ich was. Der heilige Bulle fällt vom Himmel runter und setzt sich mit seinem pompösen Hinterteil auf unsere Hauptstadt. Was dann? Dann würde sie uns beschützen. Leider steht auch nicht Matsuma, dass das verstärkte Material vor Bevölkerungsverlust hilft. Das hatten wir aber uns erhofft. Zu Recht. Ja genau. Also wir wollten ja gerade bei Vulkanen dafür sorgen, dass wenn sie ausbrechen, unsere Bevölkerung dann nicht reduziert wird. Und leider wird die Bevölkerung trotzdem reduziert. Die Städte gehen nicht kaputt. Die Modernisierungen bleiben heile. Aber die Bevölkerung geht trotzdem zugrunde. Kann die Stadt auf Null fallen? Ist die dann futsch? Nee, das geht nicht. Also unter eins kann sie nicht fallen. Das war mein Bevölkerungspunkt übrig. Und vielleicht die letzte Stadt auf Erden. Man weiß es nicht. Sollen wir das machen? Die Frage ist, haben wir, oder sollen wir, also wir können die ja auch später. Wir haben ja einen Titel. Gibt es irgendwas, was uns anschreit? Hier, jetzt den Titel sonst. Gibt es irgendwo was, wo wir sagen, komm, das muss unbedingt sein. Das nicht. Moksha sowieso nicht Religion. Magnus. Gibt es irgendwas bei Magnus, wo wir sagen, um Gottes Willen, Magnus, komm. Haben wir Magnus irgendwo drin, wo wir ganz viel Nahrung brauchen? Gucken, wo Magnus ist. Achso, den suche ich mal hier drüber. Magnus und Neuzuweisung. Er ist ein Ayakucho. Das heißt, falls Handelsrouten hier enden, dann würden sie bei dieser Beförderung extra Nahrung geben. Hier endet keine Einladung. Das ist Quatsch. Also ich sehe nichts, was wir mit ihm zwingend machen müssten. Hier sind ein paar Sachen, die klingen cool. Schwachzentler. Wenn man Einheiten hat, die viel strategische Ressourcen im Bau, bei der Rekrutierung kosten, nicht im laufenden Unterhalt, da hilft er uns nicht, aber beim Bau, da könnten wir die mit ihm und der Schwachzentlerbeförderung dort vor Ort kaufen. Oder wir setzen ihn, wenn wir eine zentrale Einheitenpumpe hätten, wo alle unsere coolen Militäreinheiten entstehen. solche, die Öl oder Uran brauchen. Und wir würden ihn vor Ort einsetzen. Dann würden die für den Bau oder für den Kauf viel weniger kosten. Die Frage ist, hilft uns das weiter? Weil die Öleinheiten, die wir jetzt uns holen, da ist ja mehr das Problem, dass sie für den laufenden Unterhalt etwas brauchen. Ein Öl per Runden. Das ist das Entscheidende. Dass sie ein Öl beim Kauf kaufen, ist uns egal. Wir können ja mal alle diese Einheiten uns angucken. Unterseeboot. Da ist Öl pro Runde. Flugzeuge. Kampfflieger. Aluminium pro Runde. Bomber. Aluminium pro Runde. Uran. Zerstörer pro Runde. Pro Runde. Das eine Öl im Kauf ist uns egal. Das nutzt uns nichts, diese Beförderung. Vorher war die super cool, diese Gouverneursbeförderung. Und seitdem wir das so ein bisschen geändert haben, ist uns das... Da war da mal nichts von. All diese Einheiten hier. Das ist völlig egal. Lyang. Hatten wir uns eh. Wollen wir eh machen. Viktor brauchen wir nicht. Oder? Nee. Das ist alles hier. Bis der vor Ort ankommt, in der Stadt, wo wir ihn hinschicken können, ist der Kampf schon entschieden. Vielleicht viel später. Im Chat wird nochmal auf Moksha hingewiesen, mit dem Handauflegen, wo man dann ja ganz schnell seine Einheiten heilen kann. mit dieser Beförderung. Ja, aber wo stehen... Ja, okay. Das gilt auch für Militäreinheiten. Auch das hattest du recherchiert in der Zwischenzeit. Auch dafür nochmal ein Danke. Das war eine Frage, die war zuletzt mal im Stream offen. Gilt das für religiöse oder für Militäreinheiten? Du hast rausbekommen, das gilt für Militäreinheiten. Auch hier aber das Problem, das ist gut bei einem Defensivkrieg, wenn die Leute ins eigene Territorium hinkommen und zu der Stadt, wo er etabliert ist. Dann hilft das. Dann können unsere Verteidigungseinheiten schneller heilen. Aber wir sind ständig in der Offensive. Und wenn wir in einer eroberteten Stadt, wo unsere Truppen fix und fertig sind und ausgeheilt werden müssen, Moksha erstmal vor Ort hinschicken müssen, damit er dieser Bonus wirkt, dann ist er fünf Runden später da, dann sind die sowieso schon ausgeheilt und dann braucht man ihn nicht mehr. Der wäre nur was für eine Situation, wo wir total, total unter Druck wären. Ich hoffe mal, dass es dazu nicht kommt. Und auch dann wäre Viktor relevant. Aber so wie wir im Augenblick spielen, ist es für uns völlig egal. Pingala. Lass uns den Titel behalten. Im Augenblick nutzt er uns nichts, nirgendwo. Wir warten mal ab. Es ist immer gut, einen Titel in petto zu haben. Ich sehe nichts, wo der uns im Augenblick irgendwas Relevantes bringt. Ein bisschen Gold in irgendeiner Stadt, aber das ist nichts Relevantes. Wir könnten Reynard total befördern, um irgendwann die in neue Städte reinzuschicken und vor Ort ein Unterhaltungsdistrikt zu kaufen. Aber auch in dieser Spielphase, in der wir sind, erobern wir in der Regel schon Städte, wo Bezirke schon stehen. Die hat die KI für uns schon gebaut. Also ich sehe hier nichts. Bleibt alles so, wie es ist, Leute. Regenwald nachgewachsen. Und das finde ich deshalb so witzig, weil das haben wir ganz oft in Partien, dass wir zu Beginn sagen, Leute, wir brauchen dringend die Gouverneurstitel zu Beginn einer Partie. Und dass wir nach jedem neuen Titel gieren und sagen, oh Gott, jetzt steht uns nur ein Titel oder zwei stehen uns zur Verfügung. Wir haben so tolle Möglichkeiten. Und meistens ist es so, je weiter eine Partie voranschreitet, irgendwann hat man Titel und denkt sich, ach Gott, ich schwimme in Titeln und was mache ich damit? Die Titel sind eher relevant, finde ich, für eine Partie, in der man nicht erfolgreich gespielt hat, wenige Städte hat und ihn am Schluss unter Druck gerät. Dann können die einem den, entschuldigt bitte, den Arsch retten, den Allerwertesten. Aber so wie wir spielen, brauchen wir die nicht. Hätten wir nur fünf, sechs Städte, die KI wird uns überrennen fast, dann wären die für uns super. So, hier geht's weiter, Leute. Hier geht's weiter. Wir rücken vor Richtung Philadelphia mit unserer neuen Artillerie. Und wie, Leute? Wir können auch Philadelphia feuern. Zwei Geländefelder aus weit mit der Artillerie. Dreier Angriffsreichweite, entschuldigt bitte. Von hier, von hier und von hier. Da können wir drauf feuern, auf Philadelphia, ohne dass uns was passieren kann. Und davor brauchen wir Einheiten, die die beschützen. Falls der Feind doch noch irgendwann jemanden hat, wer rüberkommt. Das heißt, wir stellen ihn hier, der ist auch bald kurz in der Beförderung, der etwas aus, das Musketierkorr. Für eine Runde ist das zu schnell. Wir machen das so, ihn ziehen wir... Ich puzzle ganz schnell, ja? Ein Artilleriekorr hierhin. Das setzen wir... Der kann sogar schon bis hier vorziehen und dann mal hier angreifen. Und dann... Eine Artillerie hier. Und die kann unten herum... Kann die hier schon hin? Wie schnell ist die? Die kann sogar schon feuern gleich. Kommt die an Land? Nee, ne? Kommt die hier an Land? Ich glaube es nicht. Wir checken das mal. Kommt die hier an Land? Angeblich ja. Oh, ist das cool. Oh, Leute, ist das cool. Die können in der nächsten Runde schießen. Die schießt jetzt. Die kann da her schießen. Die kann da her hier hin. Die steht hier oben. Dann müssen wir die generell noch verteilen. Und er zieht hier hin. Und beschleunigt die Kollegen hier oben. Dann haben wir hier noch einen großen General. Der steht genau richtig. Der bleibt hier stehen. Und ihm feuern wir jetzt, Leute. Achtung. Der erste Schuss auf Philadelphia. Tun sie es. Feuerfrei. Attacke. Mal gucken, wie viele Punkte das kostet. Oh, so viel. Das achte der Rekord. Frisch aufgerüstet. Das hat es nicht gelohnt. 90 Bombardierung stärker. Dreier Reichweite. Schaut mal, was mit der Stadt jetzt passiert. Schaut mal auf den blauen Balken, Leute. Oh, ich ahne etwas. Das kriegen wir schön flott hin. Das ist ja noch ein sehr. Vielen Dank.